Dachsanierung aufgrund fehlendem Unterdach, wurde ein Unterdach eingebaut. Anbindung an Dachdurchträgung fehlerhaft. Unterdachausbildung im Traufenbereich fehlerhaft. Das Unterdachwasser rinnt in ein Stirnbrett und wird nicht über ein Tropfblech richtig abgeleitet. Montagerinnenhaken nicht vollflächig. Unterdachanbindung im X-Bereich. Mangelhaft, Verklebung hält nicht. Klebebänder nicht geeignet. Diese Verklebung soll wasserdicht sein, ist es aber nicht. Gleichermaßen die Verklebung im Kehlbereich. Anbindung Fenster.